Über diese populäre Aktie, um die es heute geht, habe ich schon mehrfach hier im Video gesprochen und mein Fazit lautete meistens, sie ist interessant, aber. Heute streiche ich das aber. Sie ist interessant und insbesondere dann, wenn man sich nicht sicher ist, wie sich der Markt jetzt weiterentwickeln wird, wahrscheinlich auch kaufenswert. Warum? Das werde ich euch in diesem kurzen, knappen, dem Wetter angemessenen Video selbstverständlich gerne sagen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, euch ist nicht zu warm. Selbst hier im Norden sind über 22 Grad und es ist auch gar kein Nieselregen. Das heißt für uns normalerweise hitzefrei, alles stehen und liegen lassen. Da kann ja kein Mensch arbeiten bei dieser Hitze. Mache ich aber sehr gerne für euch. Allerdings halte ich mich kurz und knapp. Na, wenn da nicht ein oder andere Happy drüber ist. Ich möchte heute mit euch kein langes auf die Folter spannenden über Berkshire Hathaway sprechen. Habe ich in der Vergangenheit hin und wieder schon ein bisschen kritisch beäugt bzw. gesagt, ja, kann man machen. Für mich fehlt aber so richtig der Kauftrigger. Und der ist jetzt da. Ausgerechnet in dem Moment, wo sich Warren Buffett bzw. sein Team entschieden haben, wir verkaufen jetzt mal eine ganze Menge Apple-Aktien und wir bauen eine Cash-Position auf, so groß, wie wir sie noch nie hatten. Wem das Ganze ein bisschen zu langweilig ist, wir schauen gleich auf die Gründe. Den kann ich nur die Podcast-Folge von morgen früh empfehlen, denn da, jetzt ist sie natürlich noch nicht verfügbar, denn da wird es eigentlich für einen Podcast zu zockerlastig. Es geht also um eine Aktie, bei der ich mir nicht sicher bin, ob das Unternehmen auf Sicht von drei oder fünf Jahren Erfolg haben wird. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob diese Wachstumsstory in den nächsten zwei Jahren so weitergeht. Wenn das nicht passiert, dann wird sie sicherlich deutlich tiefer stehen oder vielleicht sogar vom Markt verschwinden. Sollte diese Story allerdings aufgehen, dann steht Kursverdopplung an. Ich weiß, man macht sich in diesen Zeiten ja ganz schnell verdächtig, aber hört es euch die Folge gerne an. Börse kann auch Spekulation sein. Zockerei klingt so böse. Zockerei ist dann, wenn ich sage, ich kaufe, Mensch, ich kaufe nochmal nach und ich verbillige nochmal und das Ding muss doch steigen. Aber Spekulation, so riskant sie auch ist, kann natürlich auch strategisch vorgenommen werden. Ich bin natürlich auch in diese Aktie investiert, deswegen die Disclaimer müsst ihr mit ertragen. Aber ich glaube, die Folge könnte all diejenigen von euch interessieren, die sagen, ich will Einzelwerte und ich will die Einzelwerte, in die du investiert bist. Einen dieser spekulativen Einzelwerte gibt es morgen in der Podcast-Folge. So, und jetzt sprechen wir darüber, warum wahrscheinlich, denn er hat sich dazu ja selbst noch nicht geäußert, Warren Buffett, beziehungsweise Berkshire Hathaway, nun so viele Apple-Aktien verkauft hat. Auch einige der Bank of America, eine Aktie, die er sehr, sehr lange im Portfolio hatte. Wir schauen gleich noch aufs Aktuelle. Und warum hat er so viel Cash aufgebaut? Hier schreibt Fortune und nennt dabei Bill Gross, war früher mal der, als Anleihen noch richtig interessant waren, war er mal so der Anleihekönig und Bill Gross sagt, das ist eine klar bärische Erwartungshaltung von Warren Buffett, was wir hier sehen. Investoren sollten nicht darüber nachdenken, sie sollten nicht darüber sprechen, diesen Dip zu kaufen, sondern sie sollten Erholungen verkaufen. Und das, wenn man sich den S&P 500 anschaut, das kann man bis zu diesem Moment auch einfach so stehen lassen. Denn nach diesem starken Einbruch zu Beginn der vergangenen Woche ist das eine Erholung. Das ist aber jetzt alles andere als ein gebrochener Trend. Also ich denke, ich muss es hier gar nicht groß einzeichnen, aber dass der Abwärtstrend noch intakt ist, das wäre erst oberhalb von etwa 5.400 Punkten Geschichte. All das ist Erholung, auch wenn man gleitende Durchschnitte wählt und, und, und. Das ist natürlich im Nasdaq 100 auch nicht anders, das heißt, eine doch recht deutliche Korrektur vom Top, die Gegenbewegung. Wir haben aber noch nicht wieder diese Kurslücke geschlossen. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist es ja schon soweit. Aber Bill Gross sagt, Warren Buffett ist jetzt bärisch, das ist ein klares Signal für mich und deswegen solltet ihr lieber Erholungen verkaufen. Technisch betrachtet kann man das so sehen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht jeder von euch, und das ist natürlich vollkommen in Ordnung, taktische Positionen eröffnet. Wenn ihr einfach sagt, ich investiere nur und ausschließlich langfristig, habt ihr natürlich die Korrektur wahrscheinlich genutzt oder ihr habt euch irgendwo bei dem einen oder anderen Wert auf die Lauer gelegt und sagt, da möchte ich gerne nachkaufen. Ja, das ist ja eben der Gegenteil vom aktiven Handel, vom Trading, wenn man so will. Das ist die eine Disziplin. Sollte man nicht vermischen mit der anderen Disziplin der langfristigen Investition. Da nutzt man einfach Korrektur. Das ist aber ja bei Berkshire nicht der Fall. Das heißt also, sie bauen ja durchaus, nicht tagtäglich, Positionen auf und auch wieder ab. So, dann sagt Investors.com, dazu haben sich mehrere Analysten geäußert, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass ein kongenialer Partner Charlie Munger mittlerweile nicht mehr da ist. Denn wie man zum Beispiel am Privatportfolio von Charlie Munger sehen kann und auch anhand von einigen Aussagen lässt sich das relativ leicht messen, von den beiden war Charlie Munger eindeutig, er war der ältere, aber er war auch der risikobewusstere Anleger. Vielleicht, ich lasse es jetzt einfach mal so, da wir ja keine Antwort haben, muss ich jetzt gar nicht einschätzen, ob diese Analysten recht haben oder nicht. Einige glauben also, dass der Einfluss, der nicht mehr vorhandene Einfluss von Charlie Munger dafür sorgt, dass Warren Buffett sich jetzt von Apple ein bisschen verabschiedet. Dann, ach so, schauen wir uns mal kurz den Chart natürlich an. Also auch Apple hat im Prinzip, ist ja extrem hoch gewichtet im Nasdaq 100 und auch im S&P 500, dass der Chart also so ähnlich aussieht, ist klar. Wir haben auch hier im Übrigen exakt von einer Unterstützungszone. Ich weiß, Charttechnik und Kaffeesatzleserei und so weiter, aber wenn sie mal jeder verwendet, dann kann sie automatisch ja Sinn machen. Selbst wenn jemand sagt, das sind nur gekritzelte Linien. Denn wenn alle sich mehr oder weniger an ein solches Setup halten, das ist im Crash-Fahrs nicht unbedingt der Fall, aber dass Apple hier bis auf 40 Cent genau exakt von einer Unterstützung in Form eines Retracements zur Oberseite abprallt, kann Zufall sein. Aber selbst wenn es keine Wissenschaft ist, dann kann man sich doch diese Informationen nehmen, als jemand, der auch mal strategische Positionen eröffnet. Wir haben den Rebound gesehen. Mehr als ein Rebound wäre es meines Erachtens, wenn Apple über 225 Dollar ansteigen sollte. Bis dahin ist es nur ein Rebound, nicht mehr und nicht weniger. So, dann, das wurde ja schon gesagt, als Warren Buffett bzw. Berkshire vorher, das ist ja nicht das erste Quartal, in dem sie Apple Aktien verkauft haben, da waren Tax Reasons, also steuerliche Gründe. Eine, eine wahrscheinliche Ursache, auch dazu hat sich Warren Buffett nur ganz kurz und knapp geäußert, aufgrund dieser, der, ja, dass das möglicherweise der Grund dafür ist, so rum, sorry, ist halt echt warm, ihr seht, ich schwitze auch schon, um höhere, avoid higher taxes, Tax Rates in the future. Also, um höhere Steuern in der Zukunft zu vermeiden, verkauft man jetzt. Ja, hätte man theoretisch natürlich auch im dritten oder vierten Quartal machen können und man hätte es vor allen Dingen, wir kennen den genauen Verkaufszeitpunkt nicht, aber es muss ja im zweiten Quartal gewesen sein. Das heißt also, der Verkauf war natürlich Buffett-Style oder sollen wir sagen Berkshire-Style, Stand jetzt schon mal ein ziemlich guter. Ob das dann tatsächlich der Grund ist, das wissen wir nicht. Was wir aber schauen können, ist, wie das aktuelle Portfolio aussieht. Und das ist ja am Ende des Tages auch entscheidend, um eine Aussage darüber zu treffen, ob man Lust hat, jetzt in diese Aktie zu investieren. Apple ist noch immer eine große Position, aber ihr erinnert euch, in der Spitze nahmen sie nicht 28,6 Prozent des, man muss es ja genauer sagen, börsennotierten Portfolios ein. Buffett hat eigene Versicherungen, Buffett hat einige Finanzdienstleister. Es gibt also auch einen beträchtlichen Teil an Berkshire-Hathaway-Positionen, die nicht börsennotiert sind. Das muss man immer dazu sagen. Das heißt, der tatsächliche Anteil im Portfolio von Berkshire-Hathaway, im gesamten Portfolio, liegt nicht bei 28,6 Prozent, sondern müsste jetzt bei knapp unter irgendwas zwischen 15 und 17 Prozent betragen. Und das ist schon mal deutlich weniger. Die Position war mal fast doppelt so groß. Auch bei Bank of America haben sie einige verkauft. American Express hat es zumindest nichts. Also die anderen Verkäufe müssen uns jetzt dem Volumen nach nicht groß interessieren. BYD eine ganze Menge verkauft oder sogar komplett raus. Ne, sind noch nicht komplett raus. Also 0,5 Prozent des Portfolios sind noch im BYD drin. Das hier ist im Übrigen CNBC. Die haben eine eigene Seite Berkshire-Hathaway-Portfolio. Könnt ihr einfach eingeben und euch gerne die Werte anschauen. Was zu all diesem hier jetzt dazugerechnet werden muss und darauf kommt es mir heute an, sind ganze 277 Milliarden in etwa an Cash. 277 Milliarden US-Dollar an Cash. Das macht ungefähr 30 Prozent bei einer knapp, wo sind sie, 900 Milliarden in etwa. Ja, also etwas weniger als 30 Prozent in Cash. Ist Warren Buffett bärisch geworden? Meines Erachtens spricht einiges dafür, dass er bärisch geworden ist. Das liegt nicht nur am Verkauf oder zumindest vorübergehend ist. Das liegt nicht nur daran, dass er nun Apple-Aktien verkauft hat. Das liegt auch daran, dass Warren Buffett, Berkshire-Hathaway, eigene Aktien zurückkauft. Und zwar immer dann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal, das ist das, was wir gemeldet bekommen haben. Was jetzt aktuell passiert, wissen wir noch nicht. Die aktuellen Rückkäufe im zweiten Quartal haben im Umfang von 345 Millionen US-Dollar stattgefunden. Was für den einen oder anderen durchaus stattlich wäre, ist natürlich gemessen an dieser Größenordnung extrem wenig. Die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal sind um fast 90 Prozent reduziert worden gegenüber dem ersten Quartal. Und diese Kriterien, um die es dort geht, die bemessen sich zum einen am Net Asset Value von Berkshire Hathaway. Die bemessen sich aber auch daran, wie die Erwartungshaltung ist, wie sich der Markt entwickeln wird, ob vielleicht, und Warren Buffett interessiert dann nicht, ob das in zwei Wochen oder zwei Monaten oder vielleicht erst sechs Monaten der Fall sein wird, ob sich dann bessere Kaufgelegenheiten ergeben werden. Und von daher fehlt mir die Fantasie, um hier eine andere Interpretation zu finden, als zu sagen, ja, der Mann hat eine grundsätzlich bärische Haltung. Zweite Frage, die ich noch gerne zum Schluss beantworten möchte, ist Berkshire Hathaway jetzt eine kaufenswerte Aktie? Wir schauen einmal darauf auf den Kurs und sehen die Aktie, wenn ihr mal hier den, es ist fast schon ein Frevel, sich Berkshire Hathaway im Tagesschart anzuschauen. Das ist ja immer die langfristige Entwicklung. Berkshire Hathaway, hier schon häufig besprochen und mehrfach thematisiert, hat eine ganze Zeit lang den Markt outperformed und dann eine sehr lange Zeit lang nicht mehr. Dass ich jetzt die Berkshire Hathaway, in die ich zu diesem Zeitpunkt nicht investiert bin, aber grundsätzlich mal für eine Überlegung werthalte, insbesondere dann, wenn man so ein bisschen unsicher ist, wenn man sich sagt, ja, der Markt grundsätzlich, ich möchte investiert bleiben, genau wie Buffett steige ich ja nie ganz aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Monate mal ein bisschen schwieriger werden. Für den ist Berkshire Hathaway meines Erachtens in diesem Moment ein sehr gutes Investment. Und zwar deshalb, weil die, Entschuldigung, 277 Milliarden natürlich nicht irgendwo rumliegen, sondern in diesem Moment auch noch sehr gut verzinst werden. Ich habe jetzt euch einfach nur mal die Treasury Re-Yields, also die T-Bills, das sind die kurzen Laufzeiten, mitgebracht. Das ist hier die Seite bloomberg.com und hier seht ihr drei Monate und sechs Monate, also noch immer haben wir eine leicht invertierte Zinskurve, das heißt, für kurze Laufzeiten gibt es mehr. 5,21 Prozent, 4,98 Prozent und wir dürfen mal davon ausgehen, wenn der Mann beziehungsweise die Gesellschaft, der macht das ja nicht alleine, wenn die was können, dann ist es Geld sicher parken. Ich würde beinahe wetten, obwohl man am Markt vielleicht effektiv nicht mehr die 5 Prozent bekommt, dass sie ihr Geld irgendwo sicher zwischen 5 und 6 Prozent angelegt haben. Die werden ein ganzes Portfolio haben, gegebenenfalls auch ein paar Unternehmensanleihen dabei, das haben sie in der Vergangenheit immer sehr gut gekonnt. Und wenn du natürlich ein Drittel deines Portfolios in Cash hast und dieses Cash bringt zwischen 5 und 6 Prozent, dann ist das einfach ein Puffer. Das allein würde vielleicht als Argument noch nicht reichen, denn zumindest mal als amerikanischer Anleger könnte man ja auch sagen, naja, wenn meine Renditeerwartung zwischen 5 und 6 Prozent liegt, dann kann ich auch einfach selber das Geld anlegen. Was aber das Besondere ist an Berkshire Hathaway, zumindest mal in der Vergangenheit, ist, in sehr bullischen Marktphasen schafft es ein diversifiziertes Portfolio, natürlich nicht die Performance mitzugehen. Wer letztes Jahr in seinem langfristigen Portfolio so viel gemacht hat wie der Nasdaq 100, den gratuliere ich natürlich und für den freue ich mich auch, noch, aber der kann unmöglich ein diversifiziertes Portfolio haben. Der kann eigentlich nur sich für Trendaktien entschieden haben, denn kein Portfolio, bei dem mehrere Sektoren, Branchen, Währungen drin sind, hat mithalten können mit den damals noch Magnificent Seven. Die haben die Performance kreiert, aber das wäre natürlich überhaupt nicht der Stil von Warren Buffett. Warren Buffett hat aber, beziehungsweise Berkshire Hathaway immer in dem Moment besonders gute Ergebnisse in Relation zum Markt erzielt, wenn es am Markt schwierig wurde. Und das wäre meine, von daher nehme ich quasi Berkshire Hathaway, es wird sie wahnsinnig freuen, mal auf die Kaufliste drauf, denn in solchen Phasen möchte man gerne investiert sein, man möchte auf der anderen Seite, naja, die 5%, die kriegen wir dann natürlich auch mit, die kriegen wir sonst als europäische Anleger nicht, ich weiß, dafür haben wir theoretisch natürlich auch Währungsrisiken, denn Berkshire Hathaway ist auf US-Dollar-Basis gehandelt, wenn also der Euro deutlich gegenüber dem US-Dollar aufwertet, dann wird das unsere Performance in Berkshire Hathaway schmäler. Nichtsdestotrotz, ich finde das eine ganz smarte Alternative, es gibt nicht so viele Unternehmen, die sagen können überhaupt, aufgrund ihrer Richtlinien, ja wir gehen einfach mal so groß in Cash. Von daher, wenn ihr Lust habt, schaut euch die Aktien mal an und lasst mich gerne wissen, wie ihr zu dem Unternehmen steht, ich wette, der ein oder andere ist sowieso schon lange investiert, hat man auch nicht so viel verkehrt gemacht, keine Frage. Und abschließend noch mal der Hinweis, jetzt echt 16, wenn ich mal sage, kurz und knapp und schnell, dann sind es auch immer noch 16, 30. Wer jetzt sagt, das ist ja, ich brauche Feuer in meinem Leben, morgen im Podcast, ab 7 Uhr, das gibt Feuer, das kann ich versprechen. Also, macht's gut, schönen Abend und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Bis dann. Vielen Dank.